Ich bin nicht verloren gegangen, nein, ich bin nicht eingeschlafen, denn ich habe heute tatsächlich mal länger, 6 Stunden geschlafen seit 4-5 Wochen. Wir hatten echt unfassbar viel zu tun. Ich muss euch einfach ehrlich sagen, ich hatte einfach nicht die Kraft, die Zeit, irgendwie so ein Update-Video zu drehen, was gerade abgeht, weil einfach viel zu viel anstand. Wir haben ja einmal den Zero-Waist-Drop, der nächste Woche Samstag kommt, dann haben wir gerade, wir seht ihr hier, für Ruben nehmen wir seine Jacke, seine Hoodies, seine Jogginghosen, seine Jeansjacke, seine Jeans nehmen wir gerade für ihn, um ihn so ein bisschen unter die Arme zu greifen, der hat ja bald auch seinen Release. Dann haben wir, wie gesagt, unser Zero-Drop-Release, wo einmal ein Hoodie, wo einmal ein Sweater kommt, wo einmal, nee, dreimal Hosen bekommen in drei verschiedenen Farben, Braun, Beige, Blau. Das ist so unser Zero-Waist-Drop, wo wir Designer-Stock-Fabrics gekauft haben, aus Kollektionen, die teilweise schon erschienen sind oder erst noch erscheinen. Teurer Spaß, aber wir haben, glaube ich, ziemlich coole Kollektionen daraus gemacht, wo man so ein bisschen halt miteinander Spaß haben kann und so ein paar coole Produkte machen kann. Denn der nachhaltigste Stoff ist immer noch der, den man halt nicht produzieren muss, muss man fairerweise sagen. Und das ist so das Konzept, was wir so ein bisschen damit einfach ausprobieren wollen und schauen wollen, wie das ankommt, ob man, ja, damit irgendwie vorankommt. Natürlich steht ja auch noch eine ganze Kollektion an Ende März für uns. Da laufen gerade die Planungen für das Shooting, die Planungen für die Produkte. Und das Schlimmste daran ist, wir haben in circa vier Wochen ein Ding für die Kollektion. Wir können jetzt dieses Mal keine Runaway machen. Wir haben erstens das Geld nicht dafür, zweitens nicht die Zeit dafür. Und drittens, das größte Problem von allen ist gerade, wir sind gerade von Produkten her mit zwei Looks, so Pi mal Daumen durch, von acht. Das heißt, wir haben noch unfassbar viel zu tun. Und ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich muss förmlich hier übernachten, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Sowas wie zum Beispiel, ich kann es euch zeigen, so, come on, ihr seid es nur ihr. So, zum Beispiel so eine Lederjacke testen wir gerade, die wird gerade so auf Kunstleder getestet. Und das soll natürlich nachher Echtleder sein. Und da gab es so die interne Diskussion mit mir, wo ich gesagt habe, ey, Echt oder Kunstleder. Und dann ist halt einfach dabei rausgekommen, dass du entweder oder beides richtig und beides falsch ist, weil du es einfach niemandem recht machen kannst. Aber trotzdem, gerade die Testphase nur für eine Lederjacke geht schon seit vier Wochen. Es muss halt perfekt sein so. Und es wird, glaube ich, alles noch klappen. Zumindest für Shooting und dann für den Release wird es auch ein sehr cooles Konzept sein für das Release, der Outfits etc. Also es wird riesen Spaß machen. Wir haben sehr viele Sachen bestellt, die auf dem Weg her sind. Und sehr viele Kunden arbeiten, muss man auch fairerweise sagen, die extern sind, wo wir halt so nicht darüber sprechen können. Weil teilweise die Produkte in Monaten, Jahren oder echt zwei, drei Jahre später erst rauskommen, woran wir arbeiten. Es ist halt unfassbar schwierig, darüber zu reden. Und teilweise kann ich das auch gar nicht, muss man fairerweise. Weil bei den jüngeren Leuten eher nicht. Da habe ich keine NDAs. Aber bei den großen Konzernen ist es halt so, dass du wirklich unterschreibst, weshalb zum Beispiel bei uns auch im Eingang so ein Fotoverbotsschild steht, die Mitarbeiter auch in den Arbeitsverträgen drin haben, dass sie nicht darüber reden dürfen, was wir hier eigentlich genau machen, was ja für die meisten nicht ersichtlich ist. Oder dass die überhaupt Fotos, Videos hier drin, ich mache das. Weil ich weiß, was hier rumsteht. Ich weiß, was man sieht und was nicht. Aber sie dürfen das nicht. Weil ich muss da immer so ein bisschen die Hand drüber halten, weil sonst bin ich am Arsch. So, ich bin am Arsch. Ja, am Arsch bin ich sowieso. Ich habe so viel für die Kollektion jetzt für März schon voraus bezahlt. Und ich merke das gerade, dass das halt echt sehr schmerzhaft ist. Weil einfach das ganze Geld ist jetzt in Stoffe, in Arbeit investiert. Und du hast noch nicht einen Cent zurückbekommen. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Ich will jetzt nicht stinkreich werden damit. Ich will einfach nur mein Geld wieder, was ich rein investiert habe für die Produktion. Und ob ich das überhaupt sogar zurückbekomme, ist eine andere Frage. Ja, es ist trotzdem sehr anstrengend. Es ist trotzdem viel passiert. Und dann haben wir ja auch noch angefangen umzubauen, weil dieser Lagerversandbereich, der hier drin ist, der nimmt uns die Luft weg. Wirklich, der nimmt uns die komplette Luft weg. Und das ist halt dann so ein bisschen kritisch, weil wir hier mehr Platz für die Maschinen brauchen. Ihr seht, ihr steht hier mitten auf dem Weg, was halt super nervig und störend ist. Und das müssen wir halt beheben. Deswegen bauen wir gerade ja nebenan die Lager- und Versandhalle, wo eben alles gelagert werden kann. Jetzt lege ich mal Ruben seine geile Jacke hier weg. Und die wird Ende März fertig werden und bis dann diese Kollektion raus. Und das heißt, wir brauchen irgendwie mehr Platz und wir müssen irgendwie uns durchquetschen. Irgendwie durch das Ganze durchkommen. Und vielleicht versteht ihr so ein bisschen, warum ich in der letzten Zeit so wenig Zeit hatte, um euch was zu zeigen. Und es ist halt doch wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und es sind wirklich unfassbar kleine Stückzahlen, weil wir sind halt wirklich sehr damit limitiert, wie viel wir machen können, weil es eben Deadstock-Fabriks sind. Aber nur, dass ihr seht, das ist zum Beispiel der Sweater. Und das Besondere an diesem Sweater und Hoodie ist, ich habe mich das gewagt, was eigentlich keiner macht. Alle wollen over-sized, over-sized, over-sized. Und ich habe mich die ganze Zeit so nach einem Hoodie-Sweater gesehen, der relaxed ist. Das heißt, dass du den auch im Office tragen kannst, im Alltag tragen kannst und nicht diesen übertriebenen Schlaber-Look hast. Also komplett gegen den Trend schwimmt eigentlich, was ja ein unfassbares, dummes Risiko ist, muss man dazu sagen. Aber ey, die Farbe auch sehr, sehr nice. Die Farbe konnten wir uns natürlich nicht aussuchen. Das war einfach der Stoff, der Deadstock-Stoff, der auf Lager war. Und wenn ich euch erzählen könnte, wer diesen Stoff genutzt hat, war echt tatsächlich ein Designer aus den USA. Ihr würdet ausrasten, so für wie viel die ihre Produkte verkauft haben. Das ist surreal. Ja, aber kann ich leider nicht. Thema eigene Kollektion, was hier alles rumliegt, kann ich euch, ich kann euch das mal zeigen. Da unten zum Beispiel sind die ganzen Stoffe für die Kollektion noch, die noch nicht, noch nicht verarbeitet sind. Das ist alles. Das müssen wir alles noch in den nächsten fünf, sechs Wochen zu Produkten verwandeln. Und wenn ihr euch fragt, wie wir das machen, ich weiß das noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich wieder mal 16 Stunden an der Maschine hocken. Ich weiß das nicht, aber irgendwie muss es klappen. Im ganzen Trubel gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Wir brauchen ja immer stetig mehr Unterstützung. Und es wird jetzt so Zeit für unseren vierten Vollzeitangestellten. Und wer gut in Mathe ist, kann eigentlich schon mal rechnen, dass vier Vollzeitangestellte jeden Monat so viel Geld kosten, wie Wischu eigentlich in einem Jahr nicht verdient. Es ist ein Investment, ein super riskantes, was ich so ein bisschen auf meinen Schultern trage. Wir brauchen es, wenn wir irgendwie vorankommen wollen. Und der Kampf da ist ja sozusagen, du machst noch nicht das Geld, um diese Leute zu bezahlen, aber du brauchst diese Leute, um voranzukommen. Also wettest du auf deine eigene Zukunft und sagst, ich riskiere das, ich stelle die Leute ein, zahle dir ein super Gehalt, wirklich überdurchschnittliches Gehalt und hoffe, dass ich irgendwann in Zukunft dieses Geld wieder zurückbekomme. Ist eine Wette, kann gut gehen, kann schief gehen. Eher wahrscheinlich, dass es schief geht. Aber wir haben einen Zuschneider. Und der fängt ab 1. März an. Sein Job ist von morgens bis abends Stoffe zuschneiden. Weil aktuell ist es so, dass der Abdullah oder ich neben dem Nähen eben noch zusätzlich zuschneiden. Und das sollen wir halt in Zukunft komplett auslagern, weil wir brauchen diese Manpower beim Nähen. Deswegen haben wir dann einen, der eigentlich nur Tag und Nacht nur Zuschnitt macht. Also Tag und Nacht natürlich nicht, sondern 8 Stunden am Tag. Wir arbeiten ja hier unter normalen Bedingungen nicht, wie in Türkei oder China. Hier wird ja auf Arbeitsrecht gesetzt, beziehungsweise sich dran gehalten. Das wäre ein Träumchen, wenn man Tag und Nacht arbeiten dürfte. Tue ich ja sowieso. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch mal die Zero Waste Kollektion anschauen. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas cooles überlegen, wie ich euch da so ein bisschen mehr zeigen kann. Vielleicht auch nachträglich veröffentlichen kann, so Thema Kollektion. Shooting werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde euch da so ein Behind-the-Scenes-Video zeigen. Da haben wir auch wirklich unfassbare Unterstützung. Auch ein super Fotografen und Models, was wir uns ausgesucht haben. Jetzt klingelt unsere Stoppuhr. Also nochmal, wir haben einen super Fotografen für das Shooting. Zwei super coole Models. Das wird sehr, sehr cool. Wir haben ein sehr cooles Set uns überlegt, weil wir, wie gesagt, dieses Jahr keinen Runway machen. Weil wir es einfach finanziell nicht können. Also es wird in dieser Szene, in dieser Textil- bzw. Mode-Bubble, wird halt sehr wenig über die Wahrheit geredet. Und es ist halt einfach nur so, wir können uns das. Ich hätte es sehr gerne gemacht. Wir können uns das einfach nicht leisten. Muss man einfach sagen, wie es ist. Wir haben auch die Stückzahlen der Kollektion super gedroppt, weil einfach so das Geld Richtung Ende jetzt langsam echt zu Ende geht. Musst du Stückzahlen droppen, müsste man teilweise Fits rausschmeißen. Produkte, wo wir schon Stoff bezahlt haben. Wo du dann überlegst, fuck, wir können uns eigentlich so die Kollektion davon schon so gar nicht mehr erlauben. So gecancelt. Also wir haben das echt sehr kling gehalten und trotzdem so diese Ästhetik, die ich im Kopf hatte, trotzdem noch erreicht, was wichtig ist. Und das ist so unser erster Probelauf, um so ein bisschen die Orga dahinter zu sehen, wie das funktioniert. Wie weit wir voraus anfangen müssen zu arbeiten für die Konfektion und allem drum und dran. Es ist halt ein Learning by Doing bei uns so. Alles eigenfinanziert. Keine Darlehen, keine Investoren, keine Big-Money-Gelder, keine reiche Eltern, kein gar nichts. Es ist halt alles aus eigener Tasche gestemmt und irgendwie Überleben von Monat zu Monat. Und das wird auch genau so weitergehen. Aber trotzdem werden wir im Herbst dann unseren ersten Runway haben. Da seid ihr aber bestimmt dabei, oder? Da gibt es auch Plätze, wenn ihr da Lust drauf habt.